Hallo Leute, willkommen zurück auf unserem Kanal Brezel-Tatze-RC. Hörner Laudebach. Oh, das mit dem Arm. Wir sind zwar aus Dresden, aber muss ja nicht sein, ne? Ihr seht, letztes Jahr hatten wir diesen TRX-4 Mini in einen kleinen Horror-Truck verwandelt. Aus dem einfachen Grund, wir mögen Halloween und wir basteln gerne. Und ja, für dieses Jahr haben wir uns was Neues ausgedacht. Geht ungefähr um dieselbe Sache, nur mit einem anderen Auto. Wir haben uns für dieses Jahr den Really Freeman 6x6 rausgesucht. Geile Ladefläche für den Sarg. Schöne Fenster für Laudebach. Irgendwas werden wir machen. Es wird nicht so rumgefrieben. Und es wird natürlich nicht die Karo sein, sondern eine alte Abgefragte haben wir uns irgendwo rausgesucht, die wir auch ein bisschen zerschneiden werden. Und nun kommt das ganz Neue. Erstens musst du hier gucken. Nee. Vielleicht hat da jemand Lust auf eine kleine Challenge. Was heißt Challenge? Oder hat einfach jemand Lust aus einem Kraler oder irgendwas anderes eine übelst geile Horror-Karre zu machen, passend zu Halloween? Zeigt, wie kreativer seid. Zeigt, wie viel Blut ihr hier draufschmieren könnt oder sonst irgendwas. Macht einfach mal was Geiles. Weil ich weiß, bei YouTube gibt es so Haufen RC-Leute, die wirklich übelst geile Sachen machen. Ich will mal RC-Casper nennen. Müsst ihr mal auf dem Kanal. Vorbeischauen ist einfach nur krank, was der für Autos zusammenbaut. Genau. Und ich denke, es kommt was Cooles raus. Und Ende Oktober werden wir die alle mal präsentieren. Also wenn jemand mitmachen will. Und wenn jemand mitmachen will, dann nehmt einfach mal den Hashtag RC-Horror-Challenge. Vielleicht wird es ja was. Und es finden sich ein paar Leute. Und wir haben Spaß beim Basteln. Genau. Ich habe jetzt mal wieder den Mini hergeholt. Weil manche ist... Am Anfang ist es immer schwer, so einen Einstieg zu finden. Also wir haben uns übelst schwer getan. Gerade wo wir das Zeug herkriegen. Das ist, muss ich dazu sagen, ist natürlich nicht alles. Maßstab und Skal oder wie es alles heißt. War einfach nicht zu machen. Gerade nicht mit dem Mini. Also wir haben die Skelette zum Beispiel. Gibt es dann... Rudis Restaurant oder wie solche Läden heißen hier. Teddy oder... Gibt es überall solche Regale. Kannst du hier kaufen. Kannst du wunderbar auseinanderknipsen und biegen und kleben. Haben wir ja oben mit dem Dude gemacht. Der ist hier mit Heißkleber hinten ein bisschen fixiert. Dann haben wir den auseinandergenommen. Genau. Das... Gut, passt natürlich absolut nie. Skalenmäßig, aber war mir wirklich Wurst. Das war ein Armband. Gab es irgendwo ein Knarrenarmband? Keine Ahnung, ob man das im normalen Leben braucht. Aber wir haben es halt genommen. Haben es auseinandergepflückt und... Ja. Den Clipper, falls keiner eine Idee hat. Also ich will... Plus paar Gedankengänge. Ich weiß, es gibt durchaus kreativere Leute. Und Leute, die mehr Ahnung haben als ich. Wir. Aber nochmal so. Also den Clipper, das ist einfach Farbe. Ganz normale Farbe mit Sensation. Einfach nur Sand. Ganz normale Farbe mit Sand vermischt. Ich hatte hier so kleine Farben. Da bin ich drauf, sie überall. Tuben hatten wir zusammen gemischt. Wir haben es einfach gestrichen, so wie man sieht. Das Problem ist, ist nicht wasserfest. Und das wollen wir diesmal auf alle Fälle ändern. Also wasserfeste Farbe. Gut. Dann das Raue hier. So, was jetzt so ein bisschen so nach Crash ist einfach Klebeband. Ich habe ein paar Lagen Textilklebeband genommen. Habe die hier auf die Mordorhaube geklebt und dann einfach überpinselt. Von Weiden als Effekt. Ja, finde ich okay. Was haben wir noch gemacht? Stacheldraht. Wartet. Wo ist der Stacheldraht? Hatte ich mir in irgendeinem Crawler-Shop. Ach, hier liegt das. Ich bin auch schön behämmert. Bestellt. Das gab es. Und sonst gibt es halt nicht so viel in Maßstab. Man muss halt ein bisschen versuchen, was zu finden. Und ja. Aber ich denke, einige sind da sehr kreativ. Entschuldigung. Genau. Ein paar Lampen. Und ja. Das war es eigentlich. Ich finde es ja gelungen. Ist halt nur schade, dass er wirklich nie so für draußen geeignet ist. Das war es. Also ich bin gespannt, ob jemand sich beteiligt. Ob es ein paar Inspirationen gibt. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wo man hier Zeug herkriegt oder sonst irgendwas. Haut es mal bitte in die Kommentare. Und verlinkt euch, wenn ihr einen Kanal habt. Gleich einfach mit in die Kommentare reinhauen. Ich haue auch einfach ein paar Kanäle mit rein, wo es wirklich geiles Zeug zu sehen gibt. Und ja. Vielleicht finden sich welche. Hashtag. Was war es? Oh Gott. Ich habe einen Hashtag vergessen. RC Horror Challenge. Vielleicht können wir den benutzen. Vielleicht kriegen wir aber coole Autos zusammen. Gerade hier so. Und ich würde sagen, lasst es krachen bei Fragen, Fragen. Und sonst viel Spaß mit dem Video. Ach, unbedingt liegen, liegen, liegen. Und abonnieren und irgendwas. Und genau. Der rechte Arm. Ach Gotti. Also bis später. Bis später. Bis später.